Es wird knapp an den Märkten, zumindest mal, wenn es das bullische Bild, das positive Bild, bleiben sollte. Gucken wir uns nochmal ganz grob an, was wir beim Dow Jones hatten, hier jetzt auf Tagesebene. Ich lasse es mal bewusst so, dass wir das hier notfalls ein bisschen höher aufgelöst dann nochmal sehen können. Aber ihr seht schon diesen starken Anstieg, dann hatten wir die Pause, nochmal einen starken Anstieg, hier wieder eine Pause und ihr seht die 100% Zielmarke, die haben wir gesehen. Ich hatte es letztens mal erwähnt, immer wenn es, also ich erwähne das ja permanent, dreiwellig in eine Richtung geht, ist das in der Regel nicht das beste Zeichen. Eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen, insbesondere wenn es vorher sogar noch sehr fünfwellig gelaufen ist, dass nach dem Dreiweller, das ist ein klassisch korrektives Muster, nach dem Dreiweller. Wann wissen wir, dass es ein Dreiweller wird? Naja, Wissen ist so eine Sache, aber die Chancen sind sehr groß, wenn wir das Zwischentief eben durchstoßen. Nicht das tiefste Tief, nehmt das Zwischentief dafür. Klassischerweise. Und dann ist die Erwartungshaltung, dass das, was wir vorne haben, hinten nochmal passiert. Und ihr seht das hier, ich habe es gerade rübergezogen, ihr seht das hier an der gelben Zeichnung. Das haben wir gerade erreicht. Das heißt, so weit ist zumindest mal so von der Symmetrie, vom typischen Verlaufsmuster erst nochmal alles völlig safe. Noch kein Grund zur Sorge, aber wir sind damit ganz schön hauchdicht an einer Unterstützungsmarke und das ist das Zwischenhoch, was wir hatten im 28. Juni. Jetzt weiß ich, dass einige völlig zu Recht sagen, aber so eine Unterstützungsmarke, die muss ja nicht unbedingt halten, sagst du ja auch. Das stimmt, es würde aber dazu führen, wenn wir diese Marke hier durchstoßen, dann sieht das Bild auf einmal, ich übertreibe jetzt vielleicht mal so ein bisschen, dann sieht das Bild vielleicht so aus. Und wenn dieser Punkt hier ja niedriger liegt als hier, dann ist diese Korrektur, die sich von hier ergeben hat und diese Korrektur, die sich hier ergeben hat, dann überschneiden die. Na und, wen interessiert es? Naja, sagen wir mal so, ein klassischer, ein typischer Bullenmarkt, nein, Trendmarkt, das geht nach unten natürlich ganz genauso, aber ein typischer, starker Markt, der ist typischerweise überlappungsfrei. Ich kann euch das hier nochmal zeigen an dem 4-Stunden-Chart, was wir da uns eben angeguckt haben. Wenn ihr dann nochmal guckt, wo hatten wir hier ähnlich große Korrekturen? Hier war irgendwie eine Pause und hier war irgendwie eine Pause. Und diese Bewegungen sind überlappungsfrei. Also diese beiden Bereiche, die überschneiden sich nicht. Das ist eben ein starkes Zeichen für eine Richtung. Wenn dann eine Korrektur kommt, dreiwellig, denkt dran, ist das ein Zeichen für gerne nochmal Fortsetzung. Solange wir oberhalb der Marke bleiben, also beim Dow Jones Future ist das ziemlich exakt, komm, ich lese es ganz exakt vor, 31.867 nicht mehr erreichen oder drüber bleiben, ist die Welt überlappungsfrei. Und damit wäre immer noch das klassische Bild möglich in diesem Sinne. Und das wiederum wäre dann ein wunderschöner, überlappungsfreier Anstieg. Dann gibt es eine Pause und anschließend nochmal nach oben. Gehen wir hier aber drunter, haben wir dieses Kriterium zumindest mal nicht mehr. Das ist jetzt nicht, dass da jetzt gleich die Welt untergeht. Bitte jetzt nicht missinterpretieren, aber es wäre zumindest mal nicht mehr das Beste, das deutlichste Bild für, hey Leute, die Party hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Da kommt gleich eine kurze Pause und danach geht der Spaß erst richtig los. Das wird immer weniger realistischer, muss man statistisch genau genommen sagen. Also es ist nicht unrealistisch, aber immer weniger realistisch, wenn der Kurs hier durchgeht. Also insofern ist das nicht nur eine bloße Unterstützungsmarke, sondern es hat eben auch diese, sagen wir mal, Wirkung einer Maßzahl oder einer, naja, ob das Ganze eine überlappungsfreie Bewegung ist oder eben nicht. Also der Dow steht da vor einem sehr, sehr interessanten Bild. Ja, was passiert denn jetzt, wenn er bricht? Heißt das, wenn er jetzt hier diese Marke bricht, dass er dann massiv nach unten geht? Ja, das lässt sich immer schwer sagen. Die Chancen sind dafür relativ groß. Und wir müssen ja als Händler immer von Statistiken ausgehen. Wieso ist die Chance groß? Naja, eigentlich ist es ja hier vorne das, hier hatten wir eine Pause, dann das, dann macht er nochmal eine kleine Pause und dann das. Und dann sind wir wieder fünffällig unterwegs und wären wieder völlig überlappungsfrei. Und die nächste Pause, die der Markt macht, wird uns nochmal nach unten führen. Also tatsächlich ist der Bruch dieser Marke nicht zwangsweise, dass es jetzt noch Kilometer im ersten Schritt nach unten geht, aber wir haben eigentlich dann eher das bärische Bild aufgemacht. Das kann durchaus, ihr seht das ja hier, dazu führen, dass wir irgendwann dann mal so eine Zwischenkorrektur haben. Da werden dann einige sagen, ja siehste, funktioniert ja doch nicht mit abwärts. Aber je korrektiver die ist, je mehr sie Preisüberschneidungen hat oder eben stattdessen von mir aus klar dreiwellig ist, umso mehr ist das hier ein echter Einstieg für nochmalige Short. Also für mich ist das, diese Linie hier, kein Short-Einstieg. Ich gehe ja nicht Short, wenn der Markt hier schon eine ganze Stelle Abwärtsbewegung gemacht hat. Das ist nur der Indiziengeber, wo ich sage, ah, ich muss vielleicht mein Mindset, also meine Gedanken ein bisschen anders gestalten, dass es wohl doch nicht so bullisch ist, wie es wäre, wenn wir hier einfach irgendwie runtergekommen wären und nochmal nach oben. Spätestens da werden diese Bilder immer weniger realistisch. Nicht unmöglich, aber deutlich weniger realistisch. Und jetzt die Frage, ja, was soll ich dann tun? Klassischerweise immer das, was eher typisch ist und nicht das, was, ne, ist nicht so wahrscheinlich. Ja, dann mache ich das jetzt. So, also ihr seht, damit würde das Türchen eröffnet, aber für mich noch nicht zwangsweise ein Short. Wann würde ich denn Short gehen? Fangen wir mal mit der Überlegung an. Short würde ich immer dann gehen, wenn wir hier Korrektivbewegung nach oben haben. Das geht sowohl auf Tagesebene wie auch grundsätzlich im kleinen, im kürzerfristigen Bild. Dreiwellig, müsst ihr euch immer vorstellen, oder besonders wackelig, ist erstmal kein gutes Zeichen für eine Bewegung. Können wir mal ganz kurz hier im 5-Minuten-Chart sogar gucken. Hier vorne hatten wir eher erst nochmal eine dreiwellige Bewegung. Allerdings auch wackelig, also entweder mit Überschneidung oder dreiwellig nach unten, also auch noch nicht die richtige Richtung. Jetzt geht es wieder nach oben bis dahin. Gucken wir uns an. Ja, auch wieder dauernd überschneidend, also auch noch nicht die richtige Richtung. Also ihr seht, ich habe da häufig keinen Plan, aber ich sehe ja die anderen auch noch nicht, also noch nichts tun. Ja, ich kann das nochmal einmal in großem, ich mache das nochmal in Zeitlupe. Wenn ihr seht, dass die eine Seite stark ist und die andere ist dreiwellig, dann ist vorläufig die starke Seite nochmal die richtige. Ja, theoretisch hätte ich sogar erwartet, dass es ein bisschen weiter geht, das muss nicht sein. Dafür zieht man den Stopp halt hinterher, wenn es da schon ein gutes Stück in die Richtung unterwegs ist. So eine Grobrichtung ist, naja, so 70, 80 Prozent sollte er auf jeden Fall machen. Wir können es ja mal so andeuten, 70, 80 Prozent, ich habe es gar nicht gemessen jetzt hier, aber wir sind fast ins Ziel gelaufen. Ne, wir sind sogar ins Ziel gelaufen, was erzählt euch der alte Mann hier? Also die hier nach oben, dann A, B, C und die Erwartung ist, dass wir quasi diese Marke, die 100er Marke nochmal erreichen. Das hat der Kurs sogar tatsächlich gemacht, ich war mir da gar nicht ganz sicher ehrlich gesagt. Das war auch eine undankbare Uhrzeit, wo man da schon dran sein sollte, je nachdem, wenn man die Frühschicht übernimmt, dann hat man es vielleicht mitgenommen, wenn man erst später drauf guckt, dann ist es was für die Augenübung sozusagen. So, aber was haben wir seit diesem Hoch gesehen? Seit dem Hoch sind wir runtergegangen, entweder überlappend, ja, überlappend ist Korrektiv. Übrigens, das hier ist dann dreiwellig, also aufwärts ist auch nicht so gut. Abwärts ist nicht so gut. Was ist jetzt seit diesem hier passiert? Das ist wieder eine Aufwärtsbewegung. Und guckt euch mal diese vielen Kursüberschneidungen an, also auch nicht die richtige Richtung. Aufwärts ist offensichtlich nicht die richtige Richtung. Jetzt das Letzte, was mir einigermaßen gut gefällt, bis jetzt ist das, was wir hier haben. Das ist jetzt aber mehr was für die Intraday-Händler heute Nachmittag, die nämlich sagen, wieso, das ist doch super. Schub haben wir runter, ziehen wir den sogar da rüber, Schub runter haben wir. Jetzt bräuchten wir ein bisschen Korrektiv in die mittlere Zone, das müsst ihr ja selber finden, wie das geht mit den Fibonaccis. Ich habe es ganz häufig schon gezeigt, mache ich euch auch noch. Aber ihr seht, guckt mal hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C runter und hier die Fortsetzung. Also es geht auch im Minutenschart immer wieder. Manchmal sieht man es nicht, also wenn ihr hier jetzt gesagt, da sehe ich nichts, ich auch nicht. Dann muss ich da an der Stelle halt die Füße stillhalten, sehe ich nichts. Aber wenn ich so eine Situation sehe, von hier nach da, 5 wellig nach oben, 1, 2, 3, 4, 5, 3 wellig nach unten, dann ist die Erwartungshaltung, dass das, was wir vorne bekommen, da hinten groß. Also es spielt gar keine Rolle, ob wir jetzt auf Minute- oder auf Tagesebene argumentieren. Diese Logik ist sehr, sehr realistisch und steht vielleicht für genau heute Nachmittag nochmal an. Nämlich, wenn der Kurs jetzt tatsächlich irgendwie so eine starke Abwärtsrichtung macht, jetzt in Bälde hoffentlich mal irgendwas Korrektives nach oben. Das ist jetzt keine Ankündigung, dass das passiert, also dass das jetzt passiert, aber das ist mir im Zweifelsfall auch egal. Wenn er jetzt erst nochmal das macht und anschließend diese Korrektur, dann bin ich ja auch wieder im Boot, weil ich weiß, ach so, das war das Korrektive und die starke Bewegung sollte sich idealerweise nochmal ein gutes Stück mindestens nochmal fortsetzen. Also ihr seht, im Moment jetzt hier einzusteigen für die Long-Seite finde ich nicht so gut, weil im Moment, das ist ja eine Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, die ist aber so schwach, dass ich sage, da traut sich doch keiner wirklich Anschlusskäufe zu machen. Also jetzt zu kaufen, finde ich nicht gut. Vielleicht geht er ja noch ein bisschen tiefer. Danach, wenn das so aussieht, warum nicht kaufen? Muss ja nicht im Minuten-Chart sein, das geht auch im 15-Minuten-Chart oder 5 Minuten oder wie auch immer oder auch im Stunden-Chart, wenn ihr dann seht, dass der Kurs dann von dem Tiefpunkt aus einen schönen Anstieg macht, wackele ich runter, warum nicht? Und idealerweise, solange er oberhalb der genannten Marke von mir bleibt hier, ist ja die Welt noch in Ordnung. So, wie sieht es denn beim S&P aus? Gucken wir uns das mal an. Da haben wir noch ein bisschen mehr Platz, Gott sei Dank. Also ihr seht, da ist die Überschneidung erst ungefähr bei 3950 hier beim September-Kontrakt. Gucken wir nochmal ganz schnell, wo die Zielrichtung ist. Da ist hier die erste, das ist die zweite. Theoretisch hätten wir allen Grund. Komm, dreh doch jetzt schon. Das heißt, wir sollten so langsam aber sicher uns darauf gefasst machen, dass der Kurs, das funktioniert nicht, das waren nochmal so ein bisschen Extensions, die passen hier aber nicht sinnvoll, dann können wir die hier auch erstmal lassen. Also weder die hier, das macht nicht so viel Sinn, macht die hier Sinn, auch nicht. Also ihr seht, die clustern jetzt nicht mit der Marke. Da müssen wir uns aber auch gar nicht jetzt on the time mit beschäftigen. Aber worauf ich hinaus will ist, wir haben eine realistische Chance, dass der Kurs dreht. Und das hat der Markt draus gemacht. Ja, nee, danke, lass mal stecken. Ja, das ist doch, ist eine Aufwärtsbewegung, ist definitiv eine Aufwärtsbewegung, ist keine Seitwärtsbewegung, sie ist höher gelaufen. Ihr seht das hier, auch wenn es flach ist, ist es höher gelaufen. Es ist aber definitiv korrektiv. Dreiwellig, wenn er jetzt hier die Marke durchstößt, ist das eher ein Zeichen für, ein bisschen tiefer geht noch. Habe ich jetzt nicht so schön gemalt, aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also hier irgendwie die Unterstützung, dass es nochmal tiefer geht, ist sehr realistisch. Mindestens nochmal ein Stück. Wichtig auch hier die 39.000, die 3950, ja das wäre es noch hier beim S&P 500. Aber, also ihr seht ungefähr, worauf das Ganze hinausläuft. Bitte, bitte, noch nicht long gehen an dieser Stelle, es gibt keine Indikation jetzt für long. Ich weiß, ich werde häufig immer, dann am nächsten Tag ist dann der Kurs vielleicht so gestiegen, der sagt, ja siehste, du hast gesagt, keine Indikation für long. Nee, im Moment ist das keine Indikation für long. Das heißt ja nicht, dass der Kurs nicht steigen kann. Er hat ja die Chance, hier long zu gehen. Aber dann will ich was sehen, was ungefähr so aussieht. Schub hoch, wackele ich runter, Bruch des Zwischenhochs. Und dann steige ich ein, in der Hoffnung, dass es vielleicht ganz viel wird. Wenn ich Pech habe, wird es nur ein bisschen was. Aber auch dann habe ich erstmal einen vorläufigen Gewinn. Kann den Stopp hier auf dem Einstieg nachziehen und sagen, ja gut, ist in Ordnung. Und wer jetzt sagt, ja 5 Minuten Basis ist immer einfach. Das Prinzip geht in allen Zeitebenen. Das geht im Tageschart grundsätzlich natürlich genauso. Auch wenn der Punkt hier relativ hoch war. Ich fand den nicht so ganz so attraktiv. Im Nachhinein schade. Aber mancher hat es vielleicht gemacht sogar. Das ist in Ordnung. Man müsste es ja nicht genauso machen, wie ich das mache. Aber ich will nur zeigen, dass es jetzt nicht ein Phänomen ist. Das geht nur im Kurzfristigen. Ihr müsst dann halt ein paar Tage oder ein paar Stunden oder ein paar Minuten warten, bis er so diese Initiation, die starke Richtung gemacht hat, das wackelige in die Gegenrichtung. Auch hier gilt, der Bruch dieser Marke würde die Toren nach unten eröffnen. Ich würde aber nicht eine Short-Position hier sofort eröffnen. Ich würde in diesem Moment sagen, Short, vielleicht wenn er das gemacht hat und anschließend eine Korrektur, dann super gerne Short. Denn das ist eine sehr starke Abwärtsbewegung. Wenn sie fünffällig ist, umso lieber. Wenn er hier sogar korrektiv hochkommt, ist keine Ankündigung, das weiß ich nicht. Aber das sehe ich ja. Dreiwellig oder wackelig erkennt man normalerweise. Da muss man nur Gebiss, vor allem gewisse Schulteraugen haben hier. Das ist noch nicht so wirklich dramatisch. Und dann haben wir genügend Platz, auch nochmal die alten Tiefs nochmal anzusteuern. Bevor wir auf den DAX kommen, bei dem gelten nämlich die alten Tiefs nochmal ganz kurz einen Blick auf Nasdaq. Da ist ebenfalls noch ein bisschen Platz. Die Marke liegt hier in etwa bei 12.250. Hier im September-Kontrakt des Nasdaq 100 Futures. Also auch hier gilt grundsätzlich das gleiche Bild. Aber ihr seht, dass diese Aufwärtsbewegung null Ambitionen für Käufe im Moment bringt. Ja, hier zwischendurch vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle. Aber zwischendurch konnte man mit Long ja auch Gewinne machen. Aber insgesamt sieht diese Bewegung nicht nach Käufen aus. Im Gegenteil, auch hier jetzt Schub runter für die Intraday-Händler. Wackelig nach oben bin ich auf jeden Fall jemand, der auf der Short-Seite sucht und nicht auf der Long-Seite. So, ich habe eben gesagt, die Tiefs nochmal ansteuern ist natürlich ein doofer Gag, den wir beim DAX im Moment haben. Wir haben eine Unterstützung ja hier aus dem Juli hier noch. Wir hatten diese Marke ja früher schon mal hier im März. Also wir haben ungefähr in diesem Bereich, war das März? Ich glaube Anfang März irgendwann genau, hatten wir das. Dadurch, dass das Verhaltensverlaufsmuster hier ein bisschen anders ist. Ich muss gestehen, ich war hier nicht so 100% sicher, wie das intern hier eben vom Verlauf sein sollte. Ich hätte mir das eher gewünscht. Ja, aber dafür hätte das ja korrektiv sein müssen. Und das hat es nicht gemacht. Wenn der eben nicht korrektiv, welcher Teil von hier oben an ist korrektiv? Guckt euch das an. Korrektiv ist nicht das. Korrektiv ist dreiwellig und das nach oben. Also spätestens da war klar, da kommt noch mehr. Auch wieder dreiwellig. Ja, auch wieder dreiwellig. Oder manchmal ist es wie gesagt auch überschneidend, aber ich mache es noch mal einmal groß, damit eure Augen das bewusst wahrnehmen. Guckt noch mal da drauf. Ja, von diesen Hochs, die wir hier hatten. Hier an dem vorderen Teil, da konnte man sich noch vertun. Ja, hier hätte man noch sagen können, das war doch steil hoch, dreiwellig runter. Ich gehe hier noch mal long. Ja gut, dann ist man hier wieder ausgestiegen, weil man wusste, es war die falsche Richtung. Oder wenn ihr den 78er Stop habt, vielleicht hier unter Umständen schon. Ja, ob das jetzt ein sinnvoller Trade war wegen des Chance-Risiko-Verhältnisses, ist eine andere Geschichte. Aber selbst wenn ihr ganz simpel gestrickt seid und sagt, ja, ich will einfach nur dreiwellig und davor eine starke Bewegung, ja, dann hat man diesen Verlust hier. Ja, schade drum. Die nächste starke Bewegung ist die dreiwellig hoch. Ich mache es noch mal weg, damit eure eigenen Augen das sehen. Das ist dreiwellig hoch und dementsprechend noch mal runter. Auch hier dreiwellig hoch, anschließend noch mal runter. Hier ist auch dreiwellig, aber das ist ein bisschen schwieriger, wenn die auf gleicher Höhe sind hier in der Richtung. Das vielleicht noch mal was anderes. Auch das hier ist dreiwellig hoch im Wesentlichen. Und immer wieder die Brüche dann dieser Dreiwelligkeit nach unten mit der starken Bewegung. Was haben wir hier? Noch nicht den Burner, aber mal sehen, was hier noch passiert. Ich würde im Moment nicht mehr Short gehen, weil wir sind schon so stark gefallen. Ich würde tatsächlich, nicht nur ich würde, sondern ich werde, ich suche, aber wenn man nicht schon drin ist auf der Short-Seite, der nächste Korrektur-Move nach oben bietet doch die nächsten Chancen für noch mal abwärts. Und die bringen uns vielleicht tatsächlich noch mal in die nicht uninteressante Situation dieser Tiefmarke, denkbar wäre es. Ich mag völlig falsch liegen. Das Ersatz-Szenario wäre, dass nicht das passiert, sondern dass der Markt sagt, Fehler, wir machen jetzt das. Na, wenn es dann wackelig runterkommt, habt ihr eine Idee, was man als Marktteilnehmer macht. Ich weiß, viele sagen sich, ich will vorher wissen, ob das passiert. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, wenn ich das Ding sehe, dass die Long-Seite viel versprechender ist als die Short-Seite und weiß dann, wo meine Einstiege sind. Also insofern, es ist noch nicht alles verloren. Es ist insbesondere beim amerikanischen Markt zwar knapp, aber noch alles safe. Aber wir müssen uns langsam aber sicher darauf einstellen, wenn diese Marken doch brechen, dass die Türen nach unten geöffnet werden. Aus meiner Sicht ist es dann aber gut, Korrekturen, kleine oder große, das hängt jetzt von euren Zeitrahmen, wie ihr drauf gucken wollt, abzuwarten, um dann einzusteigen. Oh Gott, das Video ist sehr lang. Ich schicke es jetzt raus. Euch alles Gute. Liebe Grüße und toi, toi, toi. Einen guten Wochenstart euch. Einen guten Wochenstart euch.